Um sich gegen dieses System zu erheben, braucht man natürlich auch Informationen. Die Mainstream-Medien werden ja größtenteils von den Playern unterstützt. Wie wichtig ist gerade in so einer Zeit unabhängige Berichterstattung, Nachrichtenportale, die eben nicht von den großen Playern unterstützt werden? Das ist von allerhöchster Bedeutung im Moment. Also die Mainstream-Medien befinden sich ja alle in den Händen der ganz Großen. Also ganz egal, wen man da sieht, ob das die großen Fernsehsender sind, ob das die großen Presseorgane sind, aber auch zum großen Teil die Mainstream-Webseiten. Aber man sieht ja in den letzten Wochen und Monaten, dass die alternativen Webseiten wirklich sehr großen Zulauf gehabt haben. Viel größeren als zuvor, dass die Leute bereit sind, neue Informationen aufzunehmen, dass sie auch neue Informationen suchen. Und das ist im Moment wichtiger als jemals zuvor. Weil ich denke wirklich, dass die größte Chance der Menschheit in dieser Krise besteht darin, dass viele Leute den wahren Charakter dieses Systems erkennen. Und den wahren Charakter dieses Systems zu erkennen, bedeutet zu verstehen, welche Bedeutung die Vorgänge im Hintergrund haben. Dass man sich also nicht von dem blenden lässt, was man im Vordergrund nur sieht, sondern dass man fragt, wer steht dahinter, wer hält die Zügel in der Hand, wer bewegt was und wer verfolgt welche Interessen. Und wenn man den Leuten das klar machen kann, dann kann man ihnen auch klar machen, dass es wichtig ist, gegen diese Interessen vorzugehen und dass es wichtig ist, sich gegen diese Interessen zusammenzuschließen. Und dass es vor allem jetzt in der nächsten Phase auch wichtig sein wird, sich ganz stark dagegen zu wehren, zum Beispiel gegen das Demonstrationsverbot. Und dass man sich dagegen wehrt, dass Webseiten abgestellt werden oder dass Leute mundtot gemacht werden, dass Leute in Psychiatrien eingeliefert werden, da muss wirklich gegen angegangen werden. Und die einzigen, die wirklich dagegen angehen können, sind im Moment die alternativen Medien. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich beim alternativen Medium wie Aktivism hier dabei sein kann, weil ich halte das für ungeheuer wichtig. Und im Grunde ist die Zukunft, die wirkliche Zukunft von Kindern und von unseren Enkeln davon abhängig, dass diese alternativen Medien wirklich mehr Einfluss gewinnen als die Mainstream-Medien. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.